Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo bei meinem Kanal Zavex und ich bin Zavex und im Hintergrund sieht hier Legend Clank Size Matters und es gibt eine kleine kurze Ankündigung, bei mir sind kurze Ankündigungen meistens doch länger, aber die kurze Ankündigung ist, dass die Bonusinhalte von Legend Clank Size Matters, die Special Videos, die immer nach dem Endboss kommen oder mit leichter Verspätung kommen, diesmal mit deutlicher Verspätung, Dies ist einfach dadurch begründet, dass das Studium gerade bei mir in einer etwas finaleren Phase ist, meine Bachelorarbeit ist im großen Gange und naja, mein Zeitplan, den ich ein halbes Jahr vorher aufgestellt hatte, ist pulverisiert im Totalen und es ist doch sehr viel Stress und Arbeit. Und weil dann doch das Studium, naja und die Bachelor-Endmote und ne, das ist so das große Abschlussding vom Studium, wenn man Bachelor macht, dann sollte das doch auch gut sein und deswegen bin ich darauf derzeit eher fokussierter. Und deswegen sind diese Special Videos, die einfach meistens zwei oder dreimal so viel Zeit brauchen, als wie so ein komplettes Let's Play von Legend Clank, dann doch ein bisschen zeitaufwendig und es ist leider nicht alles so geworden, wie ich geplant habe. Demzufolge heißt das, dass die Special Videos verschoben wurden, nicht ausfallen, denn ich mache sie sobald diese Bachelor-Sache durch ist. Dies wird leider noch etwas dauern, denn meine Bachelorarbeit und so weiter, das geht dann alles bis Anfang, Mitte Februar. Deswegen hoffe ich, dass ich bis Mitte, Ende Februar, denke ich, sollte... Ich habe eine Abgabefrist und... Von daher kann ich eh nicht meine Bachelorarbeit länger hinaus zögern. Dann sollte ich auch Zeit haben für Legend Clank und dann sollte dann Ende Februar spätestens die Special-Videos von Size Matters da sein. Nichtsdestotrotz würde ich es doch ganz schön doof finden, wenn in der ganzen Zeit keine Videos kommen, deswegen wird Agent Clank im Grunde vorgezogen und kommt jetzt schon, ohne die Specials von Size Matters zu sehen zu haben. Und vielleicht kommen dann die Specials von Size Matters gleichzeitig oder hintereinander mit den Specials von Agent Clank. So könnt ihr euch jetzt nur düstens heute auf Agent Clank ein bisschen einstellen und sagen, oh, der letzte PSP-Teil. Und dann geht es dann ja auch eh zur PSP-Teilrichtung und dann werden die Specials ja schon eh dann gelaufen sein. Weil ich denke, so rein vom Planen, nach dem letzten Upload von zwei Videos, wird Agent Clank im Februar durch sein. Dann heißt, im Grunde alles ist Februar durch. Meine Bachelorarbeit, beide Latsplies. Und das ist voll cool, dann kann dann im Endeffekt Ende Februar, Anfang März die PS3-Teile starten. Wird ja auch mal Zeit. Und wir werden mal gucken, ob dann irgendwas anderes auch noch startet. Denn es muss ein bisschen neue Variation rein. Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Die habe ich mir schon letztes Mal überlegt und die Male davor. Aber wenn Bachelor durch ist, dann habe ich wieder Zeit, Leute. Ich habe Zeit. Ich habe ein paar Monate Zeit zur Spaß, Spannung und Erlebnistour durch neue Spiele. Das wird doch toll. Oder? Also ich freue mich, denn es gibt noch genug coole Spiele, die gespielt, gezeigt werden sollten. Und ich sollte mich mal ein bisschen heransetzen, denn mein Output ist nicht das größte. Aber ja, ne, Studium. So, das ist ein Statement. Das ist keine Entschuldigung, das ist ein Statement, weil... Das ist eher eine Entschuldigung für mich selber, weil ich mag es selber gern, wenn konsequenter Content kommt. Das ist so ein Ego-Ding, so... Ich muss diese Videos veröffentlichen, weil ich das muss. Weil ich es will, weil ich es muss. Das ist so, diese Ziele, die man sich setzt. Und dann scheitern sie und dann findet man das selber ganz doof. So, das hat es jetzt mal klargestellt und Ratchet hat einen ziemlich großen Kopf. Japp, japp. Juhu. So, ich würde sagen, wir sehen uns bei Agent Clank und... Yo! Dann haben wir ein strandiges, schönes Weihnachten jetzt bald. Yippie! Auf ins Wasser! Adios, Ratchet! Werd gefressten! Ciao!